Der Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 1, gelesen nach der Textbibel Paulus, Apostel Christus Jesus, durch Gottes Willen an die Heiligen, welche sind gläubig an Christus Jesus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gepriesen ist Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus, demgemäß, dass er uns erwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, heilig und unsträflich zu sein vor ihm in Liebe, indem er uns vorausbestimmte zur Sohnschaft, durch Jesus Christus bei ihm, nach dem Gutdünken seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit welcher er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Fehltritte nach dem Reichtum seiner Gnade, die er ausgoss über uns mit aller Weisheit und Einsicht. Indem er uns kundmachte das Geheimnis seines Willens, gemäß seinem Wohlgefallen, wie er es sich vorsetzte, für die Anordnung der Fülle der Zeit, unter ein Haupt zu fassen das All im Christus, was im Himmel sowohl als was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch unser Los erhalten haben, als vorausbestimmte nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, gemäß der Neigung seines Willens. Dass wir seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor gehofft haben im Christus, in welchem auch ihr, da ihr das Wort der Wahrheit hörtet, das Evangelium von eurem Heile, in welchem ihr auch gläubig wurdet und so versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geiste der Verheißung, der da ist das Angeld unseres Erbes für Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Darum auch ich, nachdem ich gehört von dem Glauben, der bei euch ist, an den Herrn Jesus und der Liebe gegen alle Heilige, lasse ich nicht nach in Danksagung für euch, durch Erwähnung in meinem Gebet, auf das der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe einen Geist der Weisheit und Offenbarung durch seine Erkenntnis. Erleuchtet die Augen eures Herzens, dass ihr wisset, welches ist die Hoffnung seiner Berufung, welches der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes bei den Heiligen, und welches die überwältigende Größe seiner Macht für uns, die wir glauben nach der Wirkung der Gewalt seiner Stärke, die er gewirkt hat an Christus, da er ihn von den Toten auferweckte und ihn setzte zu seiner Rechten in der Himmelswelt, hoch über alle Herrschaft und Macht und Gewalt und Hoheit und alle Namen, die genannt werden, nicht nur in dieser, sondern auch in der zukünftigen Welt, und hat ihm alles unter die Füße getan und ihn zum Haupte gegeben über alles der Gemeinde, die da ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Untertitelung des ZDF, 2020